Was geht ab liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal Verlängerung und man kann auch einfach mal gerne über das Spiel von Real Madrid und FC Liverpool sprechen, dass nicht viel passiert. Das Spiel ging torlos aus und Real Madrid ist offiziell weiter. Liverpool hätte wirklich auf ein Wunder hoffen müssen, denn Real hat im ersten Spiel 3 zu 1 gewonnen und hat dort auch besser gespielt als jetzt momentan, aber es hat einfach nicht zu einem Tor geführt. Es hat auch für Liverpool nicht für ein Tor gereicht und die hätten sowieso ordentlich was leisten müssen, denn sie haben nur ein Tor im Hinspiel geschossen, jedoch auswärts, also da hätten die auf jeden Fall eventuell die Chance gehabt, haben sie nicht genutzt. Aber Leute, auf dem Weg von den Real Madrid Spielern zum Stadion vom FC Liverpool hat sich etwas Schreckliches und einfach Schockierendes, Unsportliches ereignet, denn der Mannschaftsbus des spanischen Topklubs Real Madrid ist vor dem Champions League Spiel beim FC Liverpool auf dem Weg zum Stadion angegriffen worden und der Bus wurde richtig beschädigt, wurden Steine gegen das Fenster vom Bus geschleudert, jedoch wurde kein Spieler verletzt, der drin saß. Es wurde keiner verletzt, das war auf jeden Fall immer noch eine sehr, sehr positive Sache, die man daraus nehmen kann, aber jedoch einfach nur total unsportlich, die Liverpool-Fans waren wohl einfach angefressen davon, dass sie im Hinspiel 3 zu 1 verloren haben und sowas rechtfertigt man aber gar nicht, also es ist total unakzeptabel und finde ich auch einfach sehr beschämend für den Klub Liverpool. Aber Leute, was soll man dazu sagen, man kann froh sein, nichts wurde verletzt, viele haben mit Steinen und Schlägern versucht, die Scheiben einzuschlagen, die Spieler zu verletzen und viele Leute vergessen einfach die Menschlichkeit, auch wenn es um Fußball geht. Und Liverpool hat auch darauf reagiert und hat gesagt, es ist total unakzeptabel und beschämend ist und sie haben geschrieben, wir verurteilen die Handlungen, die dazu geführt haben, dass der Mannschaftsbus von Real Madrid bei der Ankunft im Anfield Stadium beschädigt wurde und das erklärte FC Liverpool in einem längeren Statement, was darüber noch hinausging, aber ja Leute, ihr könnt mich ja mal eure Meinung zu dem Thema gerne wissen lassen. Was denkt ihr über den Busangriff, über die Attacke und was sagt ihr dazu, dass Real Madrid nun im Halbfinale ist und gegen Chelsea spielen wird, ich finde es persönlich ein sehr, sehr nice Matchup. Ich hätte Real Madrid aber irgendwie auch ganz gerne gegen PSG zu sehen, aber ich denke, dieses Jahr werden wir bei der CL ein sehr, sehr nices Finale vor uns haben. Eure Meinung würde mich dazu sehr in den Kommentaren interessieren. Ansonsten Leute, bin ich raus, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns bei der nächsten Verlängerung. ness Eurehui Lieber